Ein guter, ein guter Mensch. Ein guter, ein guter Mensch. Time is something I can't give you, Sanctum. Macros is growing in power even as we speak. I know. What is he? K K K K K K K K will you love del maybe don't Ja, ja, ja. Okay. 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 They are using these spirit tethers to reinforce the Lunar Gate. Then I must break them. There should be three of them. I'll guide you. Let me try anotherское. Let me try to get one as soon. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass ich den Heal habe. Ich weiß nicht, dass ich den Heal habe. Oh Ja, das ist ein Wettbewerb. Okay. 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 Es ist noch nicht vorbei. Ein Kapitän von der Blacktide ist wunderschön. Sehr gut. Ich kann immer noch meine Waffen. Sie haben noch nicht geholfen. Ja, Oren. Seid ihr gesund. Was ist das? So, das ist ja, die Sie haben. Oh, das ist der Schreck. Oh, das ist ja, die Sie haben sich im Moment. So, wie ich erwarte. Wir gucken uns, was er ist. So, was er? Oh, die sind. Oh, du bist. Oh, das ist immer so. Oh. Ich habe das Gefühl, er wird zurück. Warum habe ich den Gefühl, er wird zurück? Oh Gott, wir gehen. Oh Gott. 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 Zwischen wir haben es wieder geschaffen. ... Und da geht es doch. Weil, 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 weil. Schö, dör, dör. Du, wahn, allah, wahl, dick. Was ist das hier? Ist das hier? Ah! Mach mich! Mach mal! Mach mich! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich habe einen Schraub von vorne. Ich nehme die Schraubung. Sehr gut! Ich habe einen Schraubung. Ich habe einen Schraubung. Ich habe ihn bekommen. All of that Du bist anders, erzähl mir was passiert Ethereum ist effektiv ETHEREUM So it's true, the Ethereum is making you sick Never mind that, Oren, we have a problem I'm listening As you know, Macros has the rights of ascension, just as we do Correct, but if he wants to ascend, he needs Ethereum And we've been taking it away Exactly, and that's the problem How is that a problem? It's working We are winning, and Macros knows it, so now he's desperate He knows that if all the Ethereum disappears, he'll never be able to ascend And thanks to us, he's running out, fast Exactly, so now he's willing to risk everything and start the rights with what he has left That means we're running out of time We are done with the water realm It's time to move on our remaining target . It's time to move on our deployment Now, let's go up with the third one . Was? Bloodsacrifice. Genau. Wenn Makros versucht zu ascendern, die Wahrheit ist, dass er sterben wird, und er wird wahrscheinlich verletzt, die Welt über ihn verletzt. Ich habe das Recht studiert. Es ist alles im Test. Wenn Makros versucht zu ascendern, er wird sterben. Jetzt sehen wir mal. Ich habe den Namen jetzt wieder gehört. Ja, es geht halt. Ich habe die Musik für meine Musik, Begrüßt! Jetzt nehmen wir dercke! Ich werde den risch. Ich werde die Musik zurückziehen. Auch ich werde das machen. Aber das hier wird der Krampiu nicht möglich. Ich werde die Krampel Priorisieren. Ich werde das machen. Achtung! Achtung! Ach! Oh! Achtung! Bittling! Achtung! 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 Das war's für heute. 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 Ich bin Das war's für heute. Aber desto mehr zu den MAKROS, desto schwerer werden die Erwärmung verletzten ihr. Der Bruder ist noch mehr von einem Schrauben als ich dachte. Er ist der Schmerz des Schmerzes. Wie ist das? Er ist falsch über die Recht der Erwärmung. Sie werden ihn nicht in einem Gott sein. Warum nicht? Es ist ein Ritual des Sacrifice. Er ist ein totes Mann. Er spielt mit Feuer. Wir müssen ihn stoppen, bevor er mehr Gewalt in diesem Weltkrieg verliebt. Hast du Zeeman erzählt über Makros? Ja. Wo ist Greaves? Er ist in der Erste. Wir werden ihn in der Erstehung des Grodesmets. Los geht's. Die Greaves ist ein Ort unter dem Erstehung des Grodesmets. Auf der anderen Seite der Erstehung des Grodesmets. Der Erstehung des Grodesmets. Er ist ein Ort unter dem Erstehung des Grodesmets. Er ist ein Ort unter dem Erstehung des Grodesmets. Er ist ein Ort unter dem Erstehung des Grodesmets. Er ist ein Ort unter dem Erstehung des Grodesmets. Er hat nicht nur auf das Unter dem Erstehung des Grodesmets. Also, ich sehe ihn, weil er hier ist. Several NEAC champions lead their warbands here. Not for long. This guy too. Oh yeah. Vielen Dank. Okay. Look! That's a rare creature, be careful. That's a rare creature, be careful. Okay. Ja, muak, tec! Ja, muak, tec! Okay. Oh, I heard... Where is someone here? There is one here, and one here. There is one here. There is one here. Two. Three. Here we go. Here we go. There is a lot. Here we go. 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 Der Schrein der Gottesmiss. So many artiches ancient have been made here. Zemon would have wanted to see this place. Ich schau mal an den Schrauben auf den Schrauben. Hop, 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 captain, captain. You're right. The floor is the door. Now that you've found him, let's get the air sigils we need to unlock it. Head back to the Twilight Beacon. The Black Tide have trapped the Twilight Beacon. Destroy the crystals to close their portals. Thank you. Das ist ein Wettbewerb. Ich habe mich nicht mehr geholfen. Okay. Wir sind aus dem Zeitpunkt, Makros kann die Rite der Ascension erstellen, bevor wir ihn erreichen können. Wenn das passiert, wir alle sterben. Warum? Wenn er die Rite in diesem Weg beginnt, wenn er das Ritual ohne Ethereum genug beginnt, wird es sicherlich, dass er eine Reaktion von Chains wird. Es wird auf der Fabrik unserer Universität in manchen, die wir nicht beschreiben können. Was wird passiert? Keiner weiß sicherlich. Nichts wie das passiert. Aber es könnte die Monolithen und alles in es. Lass uns nicht warten, um herauszufinden. Du musst ihn bevor es zu spät. Wir befinden uns die Entrennung für Grieve Sunsteel's Forge. Wie mit den anderen, wir werden zusammen mit uns. Er wird eine Art CGL. Er wird eine Art CGLировать und es ist 4. Oh, 24. 22. vibes. Okay. Nun, wir will zwei Ausmaste. Das geht weiter. Das ist das etwas. Das war mein Ausmann. Das wird aufsadasst, um das feste mit der Ausmaschine zu machen. Das ist das Ende. Das war mein Ausmann. Los, aber es war das 21. 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 29 30 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 34 35 36 37 38 38 39 . . . . . . 1 Wir haben die Begründung und die Begründung haben, wir haben die Begründung 3 Outro